Ein Arbeitsunfall 17 Jahre, auszubildender Dachdecker, Arbeitsunfall, ist um 7.15 Uhr vom Dach gefallen. Sturz war aus mehr als drei Metern Höhe. Er war einen Moment bewusstlos, circa fünf Minuten, so seine Kollegen. Okay. Auf Ansprache öffnet er die Augen, ist orientiert und spricht. Schmerzabwehr ist gezielt, hat Übelkeiten mit Erbrechen und starkes Kopfweh. Laut Rettungsteam hat er ein Schädel-Hirn-Trauma. Gut, verstanden. Ansonsten blutet der junge Mann leicht am Hinterkopf und im Gesicht. Okay. Außerdem hat er mittlere Schmerzen am Brustkorb, vermutlich starke Prellungen. Sonst noch etwas? Der Verletzte hat zwei mittelschwere geschlossene Frakturen, eine am rechten Oberarm sowie eine am rechten Bein. Wann seid ihr da? In 15 Minuten. Ansonsten Kreislauf aktuell stabil, Atmung stabil, alles soweit stabil. Gut, ich gebe es weiter. Danke. Alles klar, bis dahin. Dr. Maurer? Hallo, Frau Dr. Maurer. Hier ist Anna da Silva. Kommen Sie bitte schnell in die Notaufnahme. Herr Dr. Mattes hat mich gebeten, Ihnen Bescheid zu geben. Okay, bin schon auf dem Weg. Was gibt's? Ein junger Mann hat sich verletzt, als er vom Dach gestürzt ist. Aufgrund seiner Verletzungen am Kopf soll sofort ein CT gemacht werden. Gibt es schon eine Diagnose? Obwohl er aus drei Metern Höhe gestürzt ist, hat er wahrscheinlich nur SHT1. Das soll aber umgehend geprüft werden. Da hat er aber wohl ziemliches Glück gehabt. Nach Aussage der Leitstelle ist ihm übel und er hat erbrochen. Sonst ist aber soweit alles recht stabil. Und äußere Verletzungen? Wegen der Höhe des Stürztes hatte er auch eine Bein- und eine Armfraktur. Und außerdem blutet er im Gesicht und am Schädel. Kein Wunder. Alles klar. Bin in einer Minute da. Hallo, Schwester. Darf ich Sie kurz etwas fragen? Mein Name ist Andreas Reinhardt. Ich bin der gesetzliche Vertreter von Kidane Jeremias. Ach ja, gut. Dr. Mates hatte schon erwähnt, dass er mit Ihnen alles telefonisch besprochen hat. Stimmt. Jetzt wollte ich aber doch nochmal wissen, ob noch irgendwas bei den Untersuchungen rausgekommen ist. Aktuell ist alles so, wie der Arzt es gesagt hat. Kidane hat wahrscheinlich eine Komotio, also eine Gehirnerschütterung. Am rechten Arm und Bein hat er Frakturen. Dann hat er noch ein paar Prehlungen. Sonst ist es erst mal nichts wirklich Schlimmes. Dr. Mates sagte mir, dass ich noch die Datenschutzerklärung unterschreiben muss. Richtig. Seien Sie so nett und unterschreiben Sie die Datenschutzerklärung in der Verwaltung. Machen Sie das am besten heute noch, so dass die Verwaltung sämtliche Informationen hat. In Ordnung. Können wir Sie telefonisch erreichen, wenn es noch irgendetwas gibt? Ja, klar. Ach ja, wäre es möglich, dass Sie die versicherten Karte nachreichen? Wir brauchen die auch, wenn es ein Arbeitsunfall war. Natürlich. Die hatte ich in der Eile nicht gefunden. Noch etwas? Ja, es wäre gut, wenn Sie ihm ein paar persönliche Sachen bringen. Zahnbürste und so weiter. Alles, was man so im Kulturbeutel hat. Und dann noch bequeme T-Shirts und am besten eine alte Jogginghose, die man unten aufschneiden kann. Oder einfach eine kurze Hose und ein paar Tonschuhe. Am besten fragen Sie ihn gleich auch noch selbst, ob er noch irgendwelche persönlichen Dinge benötigt. Okay, der Arzt bat mich, die Listen mit den Medikamenten, die Kidani wegen seiner Allergie nimmt, abzugeben. Vielleicht könnten Sie die dem Arzt geben. Hier, bitte. Danke Ihnen. Wenn Sie keine Fragen mehr haben? Nein, dann vielen Dank. Hallo, Schwester. Mein Sohn ist vorhin hier eingeliefert worden. Der Arzt hat schon kurz mit mir gesprochen, aber... Darf ich fragen, wer Sie sind? Entschuldigung, mein Name ist Mertens. Mein Sohn Sven ist bei der Arbeit vom Dach gefallen. So, jetzt beruhigen Sie sich erst einmal. Der Arzt hat Ihnen sicher schon gesagt, dass es nichts Schlimmes ist. Das Bein ist wohl gebrochen und er hat eine leichte Gehirnerschütterung. Ja, stimmt. Kommen Sie bitte mit und setzen Sie sich hier vorne hin. Jetzt tief durchatmen. Versuchen Sie, sich erst einmal zu beruhigen. Danke, das ist nett. Hat man aber wirklich etwas Schlimmes ausgeschlossen? Ich betreue Ihren Sohn Sven. So, wie es aussieht, ist alles stabil. Auch der Bruch wird gut versorgt. Scheinbar ist nochmal alles gut gegangen. Sven ist ja noch in der Ausbildung. Die kann er dann wohl erstmal nicht weitermachen. Ja, er fällt sicher eine Weile aus. Bis alles geheilt ist, dauert es einige Wochen. Seien Sie froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Alles andere ergibt sich. Ja, Sie haben recht. Aber wissen Sie, das ist ein Schock. Ja, das ist wirklich ein Schock. Ich kann das gut nachvollziehen. Da würde ich genauso reagieren. Danke, dass Sie mich verstehen. Sie haben ja sicher Ihre Kontaktdaten hinterlassen, falls irgendetwas ist. Ja, aber wichtig ist, dass Sie sich erst einmal beruhigen. Ja, da haben Sie natürlich recht. Bleiben Sie am besten noch einen Moment hier sitzen. Rufen Sie mich, wenn Sie irgendetwas brauchen. Ja, vielen Dank, Schwester. Noch eine Bitte. Wären Sie so nett und könnten ihm irgendwann heute noch einige persönliche Sachen von zu Hause bringen. Zahnbürste, Zahnpasta, also alles, was man so im Kulturbeutel hat. Außerdem bequeme T-Shirts. Kommen Sie mit und setzen Sie sich hier vorne hin. Jetzt tief durchatmen. Versuchen Sie, sich erst einmal zu beruhigen. So wie es aussieht, ist alles stabil. Bis alles geheilt ist, dauert es einige Wochen. Seien Sie froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Alles andere ergibt sich. Ja, das ist wirklich ein Schock. Ich kann das gut nachvollziehen. Wo ist denn das Dings da? Ach, da. Kidane, kann ich Ihnen helfen? Ach, Schwester. Ich wollte gerade essen, aber mit dem Arm hier, das geht ja gar nicht. Warten Sie. Ich helfe Ihnen. Danke. Sie sind Rechtshänder. Sie müssen probieren, mit der anderen Hand zu essen. Außerdem dürfen Sie auch die Finger des Arms mit der Orthese verwenden. Auch die Getränke sollten generell immer für Sie mit links zu erreichen sein. Versuchen Sie mal, die Gabel mit links zu halten. Na ja, ich brauche wohl noch ein wenig Übung. Das können Sie. Da habe ich keine Zweifel. Apropos. Natürlich sollten Sie auch jederzeit mit links an die Klingel kommen. Macht Sinn. Darf ich Sie noch etwas fragen, Schwester Svetlana? Ja, klar. Ich wollte noch wissen, wie das mit dem Duschen geht. Okay, klar. Heute noch nicht. Vielleicht können Sie schon in den nächsten ein bis zwei Tagen duschen und ein Kollege kann Ihnen dabei helfen. Aber wie ist das dann mit dem Gips? Keine Sorge. Sie bekommen eine Verbandsschutzhülle zum Überziehen. Das ist so wie ein Sack aus Plastik. Die stülpt Ihnen mein Kollege einfach über den Gips. Dann ist das Bein geschützt. Die Orthese am Arm ist wasserdicht. Ach so. Und zur Toilette? Heute noch nicht. Da behalten Sie noch den Katheter. Morgen begleitet Sie jemand. Sie können dann auch bald versuchen, mit einem Gehwagen zur Toilette zu gehen. Ah! Oh, der Arm tut jetzt weh. Nicht bewegen. Ich bringe Ihnen gleich einen Armlagerungskeil. Arm was? Sorry, ein Armlagerungskeil ist ein spezielles Kissen, worauf Sie Ihren Arm lagern können. So, passt es so? Sie sollten uns sofort Bescheid geben, wenn Sie das Gefühl haben, dass der Gips zu eng ist. Morgen wird alles nochmal kontrolliert. Okay, mache ich. Ich weiß aber gar nicht, wie ich heute Nacht schlafen soll. Das schaffen Sie schon. Ich bringe Ihnen noch eine Beinhochlagerungsschiene. Sie werden sehen, wenn das Bein hochgelagert ist, dann ist Ihr Rücken entlastet. Und wir probieren dann auch aus, wie Sie am besten liegen. Danke, Schwester. Sie sind echt nett. Sie müssen probieren, mit der anderen Hand zu essen. Vielleicht können Sie schon in den nächsten ein bis zwei Tagen duschen und ein Kollege kann Ihnen dabei helfen. Sie sollten es sofort sagen, wenn Sie am Gips ein enge Gefühl haben. Sie müssen die Bewegungsübungen regelmäßig machen. Sie können dann auch bald versuchen, mit einem Gehwagen zur Toilette zu gehen. Ich bringe Ihnen gleich ein paar Coolpacks. Sie bekommen später dann noch eine Thrombosespritze. Ein Armlagerungskeil ist ein spezielles Kissen, worauf Sie Ihren Arm lagern können. Und wir probieren dann auch aus, wie Sie am besten liegen. Hallo, Heiko. Dein erster Spätdienst diese Woche, oder? Ja, stimmt. Ich hatte davor immer Frühdienst. Können wir schon mit der Übergabe beginnen, bitte? Auch wenn Lia und Paul noch nicht da sind. Ich glaube, das mit dem Patienten von 307 dauert noch ein wenig. Ich muss aber gleich los. Okay, klar. Also erst mal zu unserem Neuzugang Kidane Jeremias. Er hat SHT1, eine Arm- und eine Beinfraktur, sowie Prellungen und leichte Verletzungen am Schädel und im Gesicht. CT wurde heute gemacht. Steht alles im Dokusystem. Ja, sehe ich gerade. Jemand aus dem Team sollte für morgen früh einen Termin beim Röntgen machen. Okay, Termin vereinbaren. Röntgen. Vor oder nach der Visite? Eher so früh wie möglich. Also besser vor der Visite, meinen die Ärzte. Mach ich dann gleich. Dann solltet ihr ihn die nächsten Tage auf die Toilette begleiten. Er darf aufstehen, aber er ist noch sehr unsicher. Am besten Paul oder du. Klar. Begleitung auf die Toilette. Sag ihm, dass er einfach immer läuten soll. Das gleiche gilt für das Duschen. Heute noch nicht. Aber morgen oder übermorgen kannst du das ja vielleicht in der Spätschicht machen. Bis dahin ist sein Kreislauf auch stabiler. Ja, okay. Morgen früh kann ihn ja jemand am Bett waschen, oder? Ja, genau. Noch etwas? Bitte kontrolliert den Gipsverband am Bein regelmäßig. Frage ihn das Übliche. Also enge Gefühl und Schwellung. Und erinnere ihn auch immer wieder daran, dass er die Zehen und Finger bewegen soll. Warte, ich schreibe mir das auch auf. Bein-Hoch-Lagerungsschiene und einen Arm-Lagerungs-Keil hat er. Auf jeden Fall solltest du ihn vor dem Schlafen nochmal richtig positionieren. Der Patient ist etwas unruhig. Mach ich. Und ganz wichtig. Frag bitte, ob das Schmerzmittel wirkt. Sonst Rücksprache mit den Ärzten. Vielleicht muss dann die Medikation angepasst werden. Schmerzmittel erfragen. Okay, wenn das nicht schon die Ärzte regelmäßig machen. Ja, ist doch klar. Noch etwas? Kann ich mir vorstellen. Ich glaube nicht. Der Mann heißt Andreas Reinhardt. Die Telefonnummer ist hier. 0 1 7 1 5 4 Kidane, was ist denn hier los? Herr Baumann, Ihr Bettnachbar, war gerade bei uns und hat sich beschwert. Okay, okay. Kidane, Sie müssen doch Rücksicht auf Herrn Baumann nehmen. Denken Sie daran, dass Sie beide noch Ruhe brauchen. Sind wir zu laut? Kidane, was ist denn hier los? Herr Baumann, Ihr Bettnachbar, war gerade bei uns und hat sich beschwert. Okay, okay. Kidane, Sie müssen doch Rücksicht auf Herrn Baumann nehmen. Ja, jetzt entspannen Sie sich mal. Setzen Sie sich bitte auch nicht auf die Bettkante. Hier hinten gibt es zwei Stühle. Aber wir sind ja sechs Leute und nur zwei Stühle. Das ist klar. Am besten ist, wenn nur zwei von Ihren Freunden dableiben und die anderen kommen nachher. Ja, aber... Kidane freut sich aber, wenn wir alle zusammen da sind. Ja, das stimmt. Wir sind alle eng befreundet und haben doch hier nur ein wenig Spaß. Es wäre wirklich sehr rücksichtsvoll, wenn Sie nicht so laut das Video auf dem Handy anschauen würden. Ach, bitte! Nein, jetzt machen wir es so. Es bleiben zwei von Ihren Freunden hier im Zimmer. Nach zehn Minuten können dann die anderen kommen. Sie wechseln sich einfach ab. Das muss ich wirklich... Nein, diese zwei Möglichkeiten gibt es. Entweder wir machen es so, wie ich gerade gesagt habe, oder wir lösen hier alles auf und Sie gehen nach Hause. Es regnet nicht. Das Wetter ist schön. Warten Sie einfach draußen. Entspannen Sie sich doch. Beachten Sie bitte. Sie sind hier im Krankenhaus. Und hier gibt es gewisse Regeln. Na gut. Die ist aber ganz schön streng. Normalerweise ist die echt nett. Ich möchte Sie bitten, sich nicht auf die Bettkante zu setzen. Hier hinten gibt es zwei Stühle. Es wäre wirklich rücksichtsvoll, wenn Sie leiser wären. Ihr Bettnachbar braucht Ruhe. Es sind zu viele Besucher hier. Sie sollten besser in unseren Aufenthaltsraum gehen. Ich habe Ihnen gestern schon gesagt, dass Sie nicht ohne Gehhilfe gehen sollen. Bitte seien Sie so nett und warten Sie einen Moment draußen. Vielen Dank. Und dann haben wir einen Neuzugang auf Zimmer 210. Frau Emma Müller, sie hat eine Arm- und eine Beinfraktur, sowie Prellungen und leichte Verletzungen im Gesicht. Moment. Ich lese es kurz durch. Könnt ihr für morgen früh für Frau Müller einen Termin beim CT machen? Okay. Termin vereinbaren, CT. Egal wann? Je früher, desto besser. Gut. Das mache ich dann vor der Visite. Frau Müller sollte noch nicht allein auf die Toilette gehen. Sie braucht unbedingt Begleitung. In Ordnung. Wir achten drauf. Begleitung auf die Toilette. Sie möchte gerne duschen. In den nächsten 24 Stunden sollte das aber noch nicht gemacht werden. Aber vielleicht könnte das irgendwer von euch morgen in der Schicht übernehmen. Gut. Jemand von uns wird das machen. Ist notiert. Dann ist Ihr Kreislauf auch sicher stabiler. Mit Sicherheit. Wir messen ihn ja regelmäßig. Apropos regelmäßig. Bitte kontrolliert auch den Gipsverband am Bein regelmäßig. Fragt sie nach dem Engegefühl und beobachtet, ob das Bein anschwillt. Sie muss daran erinnert werden, regelmäßig die Zehen zu bewegen. Warte. Schreibe ich am besten auch auf. Gipsverband kontrollieren. Nach Engegefühl fragen. Nach Engegefühl fragen. Gipsverband. 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 Guten Morgen. Guten Abend. Guten Abend heißt das. Was wollen Sie denn von mir? Ich wollte Ihnen jetzt helfen. Sie stören mich hier. Wobei störe ich Sie, Frau Evers? Na, ich work hier together. Das ist doch wunderbar! Woиля wollen Ihnen denn? Nach draußen in die Sonne. Oder ins Restaurant. Ich will sofort nach draußen in die Sonne. Das ist doch schön, Frau Evers. Dann ziehen Sie jetzt mal das Nachthemd aus. Ich helfe Ihnen dabei. Und danach können Sie gleich zum Frühstück gehen. Ach, Finger weg von meinem Nachthemd. Das ist meins. Aber sicher, Frau Evers, das ist Ihr Nachthemd. Was wollen Sie denn heute anziehen? Wir schauen im Kleiderschrank nach. Sie wollen mich beklauen. Ich rufe die Polizei. Ich verstehe, dass Sie diese Sorge haben. Aber ich möchte Ihnen wirklich nichts wegnehmen, Frau Evers. Kommen Sie mal mit zum Kleiderschrank. Was würde Ihnen denn heute gefallen? Das, 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 das. Schauen Sie mal, möchten Sie das hier tragen? Nee, ich will was anderes anziehen und basta. Was in lila? Sie möchten was anderes anziehen. Natürlich, Frau Evers, kein Problem. Moment, wie finden Sie dieses T-Shirt? Hören Sie doch auf, in meinen Sachen rumzuwühlen. Das mag ich nicht. Dann sehen Sie mal selbst nach, Frau Evers. Kommen Sie. Prima. Sehen Sie, da sind viele T-Shirts. Und Sie suchen sich ein T-Shirt für heute aus. Das T-Shirt, da will ich. Geben Sie es mir. Ja, toll. Sehr schön. Dieses T-Shirt steht Ihnen gut. Und welche Hose möchten Sie dazu tragen? Ich nehme einen Rock. Auch eine gute Idee. Welchen denn? Hm. Den will ich. Wunderbar. Und jetzt ist gut. Ich will jetzt meine Ruhe haben. Gehen Sie weg. Ich will alleine sein. Wie Sie möchten, Frau Evers. Dann helfe ich Ihnen gerne später. Vielleicht passt es Ihnen dann besser. Ja, vielleicht. Okay. Gut, Frau Evers. Bis später. Frau Berg, haben Sie mal kurz Zeit für mich? Ich weiß, es ist spät, aber... Ja, Herr Evers, kurz. Ja. Für mich ist es total schwierig mit meiner Mutter. Sie hat so viele unterschiedliche Emotionen. Jetzt erkennt sie mich nicht mehr. Sie erinnert sich nicht mehr daran, dass ich jeden zweiten Tag zu Besuch komme. Ich denke fast, sie ärgert sich über meinen Besuch. Nehmen Sie es bitte nicht persönlich, Herr Evers. Sie hat mir heute die Zunge rausgestreckt. Ich bin doch Ihr Sohn. Es hat nichts mit Ihnen zu tun, sondern es ist ein Symptom der Erkrankung. Aber sie schreit, dass ich sie beklauen will. Dass sie die Polizei ruft. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf meine Mutter eingehen soll. Ich verstehe, dass das ganz schwierig ist für Sie. Es ist wichtig, dass Sie sie ernst nehmen. Sprechen Sie ruhig mit ihr und zeigen Sie Verständnis. Machen Sie konkrete Angebote. Bieten Sie Erlösungen an. Zum Beispiel, dass Sie das Portemonnaie zusammensuchen. Hm, aber sie wirkt so, als hätte sie eine große Wut auf mich. Sie droht mir mit der Faust, stößt mich zurück, streckt mir sogar die Zunge raus. Es ist so verletzend. Ja, die Wahrnehmung passt oft nicht zur Realität. Es kann zum Beispiel passieren, dass sie nur einen Badeanzug anziehen will, wenn es regnet. Ach, ich weiß nicht. Es ist wirklich traurig. Es verletzt Sie, das verstehe ich. Aber fangen Sie selber keinen Streit an. Bleiben Sie freundlich. Tja, aber gut, dass ich mit Ihnen sprechen kann. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Frau Berg. Gern, Herr Evers. Und wenn was ist, kommen Sie einfach wieder auf mich zu. Tag, Frau Evers. Sie sitzen hier ja so ganz allein. Wollen wir was unternehmen? Was denn? Wir könnten mal rausgehen, in den Duftgarten. Heute ist das Wetter so schön. Blumen fangen an zu blühen. Und es duftet so herrlich. Nee, lieber nicht. Mein Kreislauf ist heute nicht so gut. Wenn Sie nicht möchten, ist das auch in Ordnung. Aber es wäre gut für Sie. Dann kommt der Kreislauf in Schwung. Ich will nicht mit. Ich will nicht mit. Vielleicht morgen. Vielleicht morgen. Kein Problem. Das müssen Sie ja auch nicht jetzt entscheiden. Sagen Sie später Bescheid. Aber in einer halben Stunde ist die Zehn-Minuten-Aktivierung. Das hat Ihnen letztes Mal so viel Spaß gemacht. Zehn Minuten, was? Kenn ich nicht. Doch, doch. Das machen Sie eigentlich immer gern. Frau Roselli bringt interessante Sachen mit. Einen Schnellkochtopf, eine Kaffeemühle, einen Hammer. Sie probieren die Sachen aus, fassen Sie an. Ach, jetzt weiß ich, was Sie meinen. Ich habe keine Lust. Sie haben keine Lust, sagen Sie. Das verstehe ich. Es ist momentan so viel los. Das ist schon okay. Lassen Sie sich Zeit. Sie können ja später Bescheid sagen. Dann komme ich später, Frau Evers. Ja, ja, bis später. So, ich bin wieder da. Na, jetzt habe ich eine tolle Idee. Sie singen doch so gern. Haben Sie Lust, beim Singkreis mitzumachen? Oder wir könnten auch... Ich weiß nicht. Es ist doch schön, etwas zusammen zu machen. Und alle anderen freuen sich, wenn Sie dabei sind. Nee, heute singe ich nicht mit. Die anderen können nicht singen. Die singen falsch. Ja, genau, Frau Evers. Sie können so gut singen. Und genau deshalb werden Sie gebraucht. Sie mögen doch Maria, unsere Azubine. Die singt doch heute mit Ihnen. Ach, die süße Junge mit dem Zopf? Ja, genau die. Na gut. Dann mache ich wohl mal mit. Prima. Bitte, Frau Evers. Sie dürfen jetzt mal anfangen. Nehmen Sie eine Karte, lesen Sie die Frage und erzählen Sie. Was soll das? Diese Karten. Das ist alles Quatsch, Quatsch, Quatsch. Und du beklaust mich, Erwin. Ich? Warum? Was habe ich denn gemacht? Du hast meine Pralinen geklaut. Ja, du bist heute Morgen einfach in mein Zimmer gekommen und hast meine gute Schokolade, meine Pralinen geklaut. Du, du... Du spinnst wohl. Ich habe gar nichts gemacht. Ganz langsam, Frau Evers, Herr Köhler. Ich schlage vor, dass wir jetzt aufhören zu spielen. Sie meinen, dass Herr Köhler Ihre Schokolade geklaut hat. Dann gehen wir gleich mal in Ihr Zimmer und suchen die Schachtel mit den Pralinen. Nee, wir werden sie nirgends finden, weil er sie versteckt hat. Er war in meinem Zimmer, als niemand da war, weil ich auf Toilette war. Das weiß ich genau. Nie kommt er, wenn ich da bin. Das stimmt doch alles nicht. Ich habe keine Lust, immer beschuldigt zu werden. So, nun stehen Sie beide mal auf. Ganz ruhig, immer mit der Ruhe. Herr Köhler, Sie können Frau Berg gleich Ihre Version der Geschichte erzählen. Und wir beide, Frau Evers, gehen zusammen in Ihr Zimmer und suchen die Pralinen. Einverstanden? Na gut. Aber wir werden meine Pralinen nirgends finden. Frau Evers, kommen Sie. Geben Sie mir mal Ihre Hand. So ist es gut. Jetzt gehen wir los. Herr Köhler, bitte bleiben Sie hier sitzen. Frau Berg wird gleich kommen. Ist das gut für Sie? Ja, gut. Wunderbar, so machen wir das. Dann gehen wir jetzt alle auseinander. Lassen Sie uns doch weiterspielen. Ich schlage vor, dass wir jetzt aufhören zu spielen. Ganz ruhig, immer mit der Ruhe. Wir gehen zusammen in Ihr Zimmer und suchen die Pralinen. Einverstanden? Dann gehen wir alle auseinander. Kommen Sie. Geben Sie mir Ihre Hand. So ist es gut. Regen Sie sich bitte nicht so auf. Genau, wunderbar. So machen wir das. Hallo, Pavel. Lass uns die Übergabe machen. Ja, gut. Also, Frau Evers hatte heute Mittag Besuch von ihrem Sohn. Ich habe ein längeres Gespräch mit ihm geführt. Aha, was war da los? Er tut sich sehr schwer mit den wechselnden Emotionen seiner Mutter. Ich habe ihm erklärt, dass sich das Verhalten der Mutter verändert. Frau Evers wusste nicht mehr, dass Herr Evers ihr Sohn ist und hat gedacht, dass er gekommen ist, um ihre Sachen zu stehlen. Und dann gab es wieder Streit mit Herrn Köhler. Frau Evers hat behauptet, dass er ihre Pralinen gestohlen hat. Maria hat erzählt, dass Frau Evers richtig laut geworden ist. Hat sie wieder die Tasche genommen und Herrn Köhler damit geschlagen? Nein, diesmal nicht. Sie hat nur mit der Faust gedroht. Ja, und dann... Frau Evers nimmt immer weiter ab. Sie isst sehr wenig und hat sehr stark an Gewicht verloren. Sie soll morgen früh einen hochkalorischen Schokodrink bekommen. Das ist eine gute Idee. Hast du schon in der Küche Bescheid gesagt? Ja, habe ich. Und wenn sie den Trink mag, bekommt sie ihn jeden Morgen. Gut. Noch Fragen? Nein. Dann schaue ich gleich nach ihr. Ja gut, dann bis morgen. Tschüss. Ach, Sonja, das war echt schwierig. Manchmal frage ich mich, ob das der richtige Beruf für mich ist. Heute war Kot an der Wand. Wie gehst du denn damit um, wenn jemand mit Kot rumschmiert? Es hat so übel gerochen. Weißt du, Maria, das Gefühl kenne ich auch. Es hilft, wenn du Schutzkleidung anziehst, Handschuhe und Schürze. Ja, du hast recht. Das hilft aber nicht gegen den Geruch. Was kann ich dagegen machen? Du könntest dir die Nase zuhalten und nur durch den Mund atmen. Wegriechen nennt man das. Dann sind die Gerüche weniger extrem. Und ein Raumspray hilft natürlich auch immer. Ja, das hilft sicherlich. Danke. Du, gestern habe ich gesehen, wie Anne am Po angefasst worden ist. Sie war richtig ratlos. Ich weiß auch nicht, was ich in einer solchen Situation getan hätte. Wie hätte sie reagieren können? Was meinst du? Es ist sehr unangenehm, ich weiß. Kann aber passieren. Ich rate in dieser Situation klar und ruhig zu sagen, dass man das nicht will. Du, Sonja, danke, dass du mir bei solchen schwierigen Fragen hilfst. Kann ich dir noch eine letzte Frage stellen? Ja klar, nur zu. Letzte Woche, ja, du bist letzte Woche beschuldigt worden, Geld zu stehlen. Das war Frau Evers, oder? Das muss ja richtig unangenehm sein. Wie hast du da reagiert? Ja, schön war es wirklich nicht. Aber man darf das nicht persönlich nehmen. Ja, du hast schon recht. Ich wurde noch nie von einem Bewohner beleidigt. Aber das würde mich verletzen, garantiert. Glaub mir, mit der Zeit gewöhnt man sich daran. Ja, ich hoffe es. Danke, Sonja. Du hast mir sehr geholfen. Klar. Bitte frag immer gern. Ich bin ja für dich da. Nehmen Sie das nicht persönlich. Zeigen Sie Verständnis für Ihre Mutter. Nehmen Sie Ihren Vater ernst. Bieten Sie konkrete Lösungen an. Unterstützen Sie Ihre Mutter im Alltag. Lassen Sie sich helfen. Fangen Sie keinen Streit an. Wie geht es Ihnen heute? Ich könnte Sie zum Singkurs begleiten. Hätten Sie Lust? Wie geht es Ihnen heute? Ich könnte Sie zum Singkurs begleiten. Hätten Sie Lust? Ich hätte da eine Idee. Ich helfe Ihnen und wir machen das einfach zusammen. Was halten Sie davon? Ich hätte da eine Idee. Ich helfe Ihnen und wir machen das einfach zusammen. Was halten Sie davon? Sie sollten heute Morgen ein bisschen an die frische Luft gehen. Meinen Sie nicht? Sie sollten heute Morgen ein bisschen an die frische Luft gehen. Meinen Sie nicht? Sie werden sehen, dass es Ihnen Spaß macht. Sie haben früher auch immer gerne gekocht. Sie werden sehen, dass es Ihnen Spaß macht. Sie haben früher auch immer gerne gekocht. Ach, kommen Sie schon, Herr Peters. Alle anderen freuen sich doch, wenn Sie auch im Speisesaal essen. Wie geht es Ihnen heute? Ich könnte Sie zum Singkurs begleiten. Hätten Sie denn? Hätten Sie Lust? Ich hätte da eine Idee. Ich helfe Ihnen und wir machen das einfach zusammen. Was halten Sie davon? Sie sollten heute Morgen ein bisschen an die frische Luft gehen. Meinen Sie nicht? Sie werden sehen, dass es Ihnen Spaß macht. Sie haben früher auch immer gerne gekocht. Ach, kommen Sie schon, Herr Peters. Alle anderen freuen sich doch, wenn Sie auch im Speisesaal essen. Fortbildung und Teambildung Hallo, Maria. Hallo, Lucille. Lucille, du bist ja nun fast sechs Monate hier auf der Inneren. Ja, nächste Woche sind es sechs Monate. Die Zeit rast. Ich habe den Eindruck, dass alles gut klappt, oder? Ja, ich habe mich hier gut eingelebt. Und eigentlich funktioniert alles auch schon ganz gut. Manchmal muss ich bei einigen Abläufen noch nachfragen. Aber alle sind total hilfsbereit, wenn ich etwas nicht weiß. Das klingt doch gut. Und dein Deutsch ist ja auch sehr gut. Ich bin beeindruckt, wie gut du das schon hinbekommst. Danke. Ja, ich verstehe schon ganz gut. Manchmal versteht man mich aber nicht. Und die Dokumentation fällt mir auch noch schwer. Ach, in ein paar Monaten bekommst du das alles noch besser hin. Ich hoffe. Was meinst du? Was sind hier auf Station für dich die nächsten Schritte? Welche Fortbildungen würdest du gerne besuchen? Auf jeden Fall brauche ich noch Unterstützung bei der Dokumentation. Und was meinst du, was für mich noch wichtig wäre? Ja, wenn du an den Dokumentationen dran bleibst, ist das bestimmt gut. Was demnächst ansteht, ist eine Hygieneschulung. Da solltest du auf jeden Fall teilnehmen. Wie läuft denn so eine Schulung ab? Da geht es um die aktuellen hygienischen Aspekte, die Fachkräfte für unser Haus entwickelt haben. Ah, interessant. Jeder muss mindestens einmal im Jahr teilnehmen. Ach so. Finden die Schulungen während der Arbeitszeit statt? Ja, klar. Das ist Arbeitszeit. Du musst das nur vorher anmelden, dann bekommst du die Stunden gutgeschrieben. Das ist ja echt gut. Gut. Dann verbleiben wir erst einmal so. Gibst du mir eine Rückmeldung, wie die Schulung war? Danach schauen wir, ob es noch Möglichkeiten für weitere Fortbildungen gibt. Ja, gern. Es gibt bestimmt noch viel zu lernen und ich freue mich riesig darauf. Habt ihr das schon gesehen? Wir haben in zwei Wochen schon wieder eine Hygieneschulung. Unglaublich! Echt, Carsten? Schon wieder? Ja, das ist wirklich verschwendete Zeit und das gerade jetzt, wo wir hier so viel zu tun haben. Ich kenne das ja alles schon. Stimmt, Renata. Mir geht es genauso. Denn ich habe auch erst vor kurzem diese Online-Schulung gemacht. Und jetzt soll ich mir das alles noch einmal anhören. Langweilig? Langweilig? Das sehe ich ganz anders. Ich finde die Schulungen immer interessant. Wir erfahren, was sich für neue Keime entwickeln, was es für Resistenzen gibt bei den Antibiotika. Aber Gereon, das ist doch immer wieder das Gleiche. Da bin ich ganz deiner Meinung, Renata. Ich finde die Schulungen aber wichtig. Das mag schon sein, Gereon, aber das ist echt zu viel. Wie kommst du denn zu der Meinung, dass die Schulungen etwas bringen? Das ist doch ganz klar. Denn bei all der Routine würden wir sonst schnell die eine oder andere Hygienevorschrift vergessen. Wie siehst du das denn, Lucille? Ich verstehe das gar nicht, dass ihr das nicht gut findet. So eine Schulung bringt doch immer etwas Neues, oder? Mach das erst einmal jahrelang mit, dann findest du das auch nicht mehr so spannend. Klar ist da immer Wiederholung dabei, aber trotzdem gibt es immer etwas zu lernen. Hm, ich schaue mir das erst einmal an. Dann bilde ich mir meine Meinung dazu. Wir haben ja auch keine Wahl und müssen dorthin gehen. Hoffentlich haben wir zumindest einen guten Referenten. Carsten, weißt du denn schon, wer die Schulung macht? Letztes Mal hatten wir Herrn Bruchhausen. Der ist ganz okay, aber manchmal ein wenig theoretisch. Mir geht es genauso, denn ich habe auch erst vor kurzem diese Online-Schulung gemacht. Langweilig? Das sehe ich ganz anders. Ich finde die Schulungen immer interessant. Das mag schon sein, Gereon, aber das ist echt zu viel. Das ist doch ganz klar, denn bei all der Routine würden wir sonst schnell die eine oder andere Hygienevorschrift vergessen. Ich verstehe das gar nicht, dass ihr das nicht gut findet. So eine Schulung bringt doch immer etwas Neues, oder? Mach das erst einmal jahrelang mit, dann findest du das auch nicht mehr so spannend. Klar ist da immer Wiederholung dabei, aber trotzdem gibt es immer etwas zu lernen. Nachdem wir uns schon mit den Risiken von nosokomialen Keimen für Patientinnen und Patienten beschäftigt haben, möchte ich nun die einzelnen Hygienemaßnahmen mit Ihnen durchgehen. Wir beginnen mit dem Klassiker der Händedesinfektion. Oder haben Sie noch Fragen zum ersten Teil der Schulung? Nein, soweit ist alles klar. Also, dann zur Händedesinfektion. Ich kann es nicht oft genug sagen, vor und nach jedem Patientenkontakt, vor und nach jeder aseptischen Tätigkeit und auch nach Kontakt mit potenziell infektiösem Material müssen Sie die Hände desinfizieren. Wie? Das ist ja den meisten von Ihnen bekannt. Aber Sie sehen es hier auch nochmals auf der Folie. Ganz wichtig ist, dass Sie die EWZ beachten. Herr Bruchhausen, könnten Sie mir bitte sagen, was die Abkürzung EWZ bedeutet? Ja, klar. EWZ bedeutet Einwirkzeit. Ach so, klar. Einwirkzeit. Ja, dass ich mir die Hände ständig desinfizieren muss, ist selbstverständlich. Was muss ich denn beachten, wenn ich die Arbeitsflächen reinige? Danke für die Frage. Damit komme ich auch zum nächsten Punkt. Die Arbeitsflächen sind wahre Bazillenschleudern. Daher müssen diese mindestens einmal täglich, aber auch nach allen hygienerelevanten Tätigkeiten und nach einer möglichen Kontamination gereinigt werden. Danke. Jetzt ist schon klarer, wie oft ich das machen muss. Könnten Sie noch erklären, wie die Arbeitsflächen gereinigt werden müssen? Ja, natürlich. Zunächst tauchen Sie ein Tuch in Desinfektionsmittel und wischen damit die Flächen ab. Wichtig ist, dass Sie danach die Fläche nicht noch einmal wischen. Sie müssen warten, bis die Fläche trocken ist. Herr Bruchhausen, könnten Sie bitte langsamer sprechen, damit ich mir ein paar Notizen machen kann? Ja, sicher. Es gibt aber auch eine Handreichung, in der Sie alles nochmals nachlesen können. Kommen wir jetzt noch zu einem weiteren wichtigen Hygieneaspekt. Die Hautantiseptik, zum Beispiel vor einer Injektion oder Venenpunktion zur Blutabnahme. Ich zeige Ihnen das mal kurz und gern können Sie auch dazu Rückfragen stellen. Jetzt bin ich neugierig, ob ich da noch etwas Neues erfahre. Sie sehen, zunächst sprühe ich die Einstichstelle mit einem Antiseptikum ein und wische sie dann mit einem keimarmen Tupfer ab. Haben Sie Fragen dazu? Ja, so mache ich das auch immer. Gibt es denn sonst noch etwas, was wir beachten müssen? Wichtig ist, dass Sie danach die Einstichstelle noch einmal einsprühen und erst dann die Injektion oder Venenpunktion zur Blutabnahme durchführen. Ach so, das ist klar. Aber Svenja, mal was anderes. Du hast ein Festivalbändchen dran und auch noch Nagellack. Ja, das Bändchen muss ich tragen, bis es von allein abfällt. Ja, und sorry mit dem Nagellack. Ich war gestern erst um 22 Uhr zu Hause und echt zu kaputt, um den Nagellack abzumachen. Ist doch nicht so schlimm. Ich war gerade letzte Woche auf dieser Hygieneschulung. So schön das aussieht, aber Nagellack ist aus hygienischen Gründen nicht in Ordnung. Ach was. Ich desinfiziere mir jetzt gut die Hände und dann ist das doch gar kein Problem. Und das Bändchen desinfiziere ich einfach gleich mit. Leider ist das nicht ganz so einfach zu lösen. Wir alle haben eine große Verantwortung den Patienten gegenüber. Wenn sie sich hier einen Keim holen, können sie schwer krank werden. Und dann hat auch die Klinik ein echtes Problem. Ach, das bisschen Nagellack und das dünne Bändchen. Ich mag dich wirklich gern, Svenja. Und wie du mit den Patienten umgehst, ist super. Aber auch wenn das für dich kleinlich erscheinen mag, das ist echt ein Problem. Okay, wenn das so problematisch ist, mache ich die dann vielleicht weg. An deiner Stelle würde ich das sofort machen, um keinen Ärger zu bekommen. Okay, okay, die Woche fängt ja gut an. Svenja, noch was anderes. Ich habe gesehen, dass du Nagellack trägst. So schön das aussieht, aber das ist so nicht in Ordnung. Wie du mit den Patienten umgehst, ist echt super. Leider ist das nicht ganz so einfach zu lösen. Auch wenn das kleinlich erscheinen mag. Das ist echt ein Problem. An deiner Stelle würde ich das sofort machen, um keinen Ärger zu bekommen. Ich wollte gerade den Pflegewagen kontrollieren und sehe das Chaos hier. Kannst du das nicht direkt wegräumen? Das ist ja für alle doppelte Arbeit. Wieso denn immer ich? Das könnt ihr Fachkräfte genauso gut machen. Bin ich denn euer Laufbursche? Aber es gehört genauso gut zu deinen Aufgaben, den Arbeitsplatz so zu verlassen, wie es sich gehört. Ist dir eigentlich klar, was passiert, wenn unser Hygienebeauftragter das sieht? Natürlich ist das nicht in Ordnung. Aber warum machst du mich deshalb so an und nicht Lucille? Weil ich sicher bin, dass Lucille den Pflegewagen nie so hinterlassen würde. Aber mir traust du das zu? Was ist denn hier los? Warum streitet ihr denn so? Du machst hier nichts sauber und Carsten schreit mich dafür an. Ich verstehe gar nichts mehr. Was habe ich nicht sauber gemacht? Ich war doch die ganze Zeit bei Herrn Drews im Zimmer und habe ihn bei der Körperpflege unterstützt. Ja, typisch. Du warst es natürlich nicht. Aber wer hat denn das Chaos hinterlassen? Ich war das auf keinen Fall. Sag ich doch, Geryon. Lucille war das nicht. Klar. Und deshalb war ich es. Das ist ja wie im Kindergarten hier. Klärt euren Kram doch allein. Ich mache jetzt mal weiter. Hier ist genug zu tun. Ich wollte gerade den Pflegewagen kontrollieren und sehe das Chaos hier. Kannst du das nicht direkt wegräumen? Das ist ja für alle doppelte Arbeit. Wieso denn immer ich? Das könnt ihr Fachkräfte genauso gut machen. Bin ich denn euer Laufbursche? Aber es gehört genauso gut zu deinen Aufgaben, den Arbeitsplatz so zu verlassen, wie es sich gehört. Ist dir eigentlich klar, was passiert, wenn unser Hygienebeauftragter das sieht? Natürlich ist das nicht in Ordnung. Aber warum machst du mich deshalb so an und nicht Lucille? Weil ich sicher bin, dass Lucille den Pflegewagen nie so hinterlassen würde. Aber mir traust du das zu? Was ist denn hier los? Warum streitet ihr denn so? Du machst hier nichts sauber und Carsten schreit mich dafür an. Ich möchte erst einmal genauer verstehen, was hier los ist. Ich war die ganze Zeit bei Herrn Drews im Zimmer und habe ihn bei der Körperpflege unterstützt. Lasst uns doch erst einmal schauen, was genau passiert ist. Also, das ist so. Carsten sagt, dass ich meine Arbeit nicht gut mache, weil ich meine Sachen nicht ordentlich wegräume. Dabei habe ich gar nichts gemacht. Carsten, wie siehst du das denn? Ich bin echt genervt, da ich nur schnell den Pflegewagen kontrollieren wollte. Und dann sehe ich dieses Chaos hier. Schau mal. Ja, das ist echt nicht in Ordnung. Das kann ja aber jeder im Team oder auch einer der Ärzte gewesen sein. Statt nach einem Schuldigen zu suchen, sollten wir lieber eine Lösung finden. Stimmt. Ich mache das jetzt weg. Spreche es dann aber bei der nächsten Teamsitzung an. Entschuldige, Geryon, aber ich war eben echt genervt, als ich das gesehen habe. Ja, okay. Ich war ja auch nicht gerade nett zu dir. Da bin ich ja froh, dass wir das so schnell klären konnten. Ich mache dann jetzt mal weiter. Danke, Lucille. Bis später. Ja, danke. Und bis später. Ich möchte erst einmal genauer verstehen, was hier los ist. Bevor ihr weiter streitet, sollten wir die Sache nochmals genauer anschauen. Lasst uns doch erst einmal schauen, was genau passiert ist. Carsten, wie siehst du das denn? Statt nach einem Schuldigen zu suchen, sollten wir lieber eine Lösung finden. Lass uns gemeinsam überlegen, was eine gute Lösung wäre. Da bin ich ja froh, dass wir das so schnell klären konnten. Beruhigt euch erst einmal und später bei der Teamsitzung klären wir das. Wie war denn die Supervision heute für euch? Ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber es war wirklich gut, sich mal auszutauschen. Wie war es für dich, Maria? Im Vergleich zu unserer Teambildung vor zwei Jahren war das echt ein guter Start. Ich bin gespannt, ob wir es nun schaffen, auch in stressigen Situationen freundlich zu bleiben. War die Supervision für dich auch hilfreich, Lucille? Für mich war hilfreich, dass wir alle Zeit hatten, uns gut zuzuhören. Aus meiner Perspektive haben wir auch ganz gute Lösungen entwickelt. Oder was meinst du dazu, Gereon? Ja, ich werde versuchen, einige der Ideen in die Praxis umzusetzen. Zum Beispiel auch in stressigen Situationen ruhig zu bleiben und andere direkt darauf anzusprechen, wenn sie unfreundlich reagieren. Mir hat nicht so gut gefallen, dass wir so lange über alles gesprochen haben. Das stimmt. Für das nächste Mal würde ich mir wünschen, nicht alles bis ins kleinste Detail zu besprechen. Die Rückmeldung gebe ich gern an die Supervisorin Frau Krämer weiter. Oder was meinst du, Lucille? Für mich war das so eine gelungene Sache, denn ich hatte genug Zeit zum Nachdenken. Das stimmt sicherlich. Mal schauen, wie es beim nächsten Mal wird. Ja, schauen wir mal. Der Termin ist ja schon in drei Wochen. Und jetzt wünsche ich euch erst mal einen schönen Feierabend. Ich möchte erst einmal genauer verstehen, was hier los ist. Bevor ihr weiter streitet, sollten wir die Sache nochmals genauer anschauen. Wir sollten lieber eine Lösung finden, statt nach einem Schuldigen zu suchen. Beruhigt euch erst einmal und wir klären das später bei der Teamsitzung. Da bin ich ja froh, dass wir das so schnell klären konnten. Lasst uns gemeinsam überlegen, was eine gute Lösung wäre. Im Vergleich zur letzten Supervision fand ich es dieses Mal wirklich interessant. Ja, für mich war die Supervision auch hilfreich, denn ich habe viele Tipps bekommen, wie ich wertschätzender kommunizieren kann. Ich kann ja nur für mich sprechen, aber ich fand, dass wir viel zu lange über den Konflikt zwischen Carsten und Gerion diskutiert haben. Aus meiner Perspektive war das aber wichtig, denn so konnten die beiden den Konflikt endlich klären. Für das nächste Mal wünsche ich mir, dass wir intensiver darüber sprechen, wie wir unsere Aufgaben noch besser organisieren können. Ja, das finde ich auch. Es liegt ja an uns, ob die Supervision für uns alle eine gelungene Sache wird. Stroke Unit mit neurologischer Intensivstation Hochrang, warte mal kurz. Kannst du mir über den Neuzugang noch ein paar Informationen geben? Ja, das ist Herr Czelik. Er ist nicht bei Bewusstsein. Verdacht auf Schlaganfall. Wo ist es passiert? Zu Hause. Der Notarzt hat erzählt, dass seine Frau zum Glück gleich die 112 angerufen hat. Sie ist auch später cool geblieben. Als das Rettungsteam eintraf, konnte sie die Symptome schildern. Er hatte wohl plötzlich starke Kopfschmerzen, fing an undeutlich zu sprechen und er hat ihr gesagt, dass er sie doppelt sieht. Er war desorientiert und seine Frau meinte, wenn sie nicht gewusst hätte, dass er nie trinkt, hätte sie gedacht, er wäre betrunken. Halbseitenlähmung rechts, sein linker Mundwinkel hing runter und er hatte Koordinationsschwierigkeiten. Seine Frau hat das gemerkt, weil sie gerade Tee getrunken haben und er die Tasse nicht mehr greifen konnte. Hat er chronische Krankheiten? Er hat Übergewicht und ist seit Jahren wegen Bluthochdruck in Behandlung. Er ist Diabetiker Typ 2 und er raucht seit über 40 Jahren. Was hat das Rettungsteam gemacht? Warte, hier steht's. Sie haben natürlich erst einmal das Basismonitoring gemacht und seine Vitalzeichen gemessen, Blutdruck, Puls. Sie haben ein EKG geschrieben und seinen Blutzucker kontrolliert. Dann haben sie ihm Sauerstoff gegeben. Ah, okay. Dann haben sie ihm einen Zugang gelegt und Flüssigkeit gegeben. Und nach den neurologischen Tests haben sie ihn gleich bei uns auf der Stroke Unit angemeldet und mit dem Rettungswagen hergebracht. Wann haben die Symptome begonnen? Um kurz nach halb drei. Eine Stunde später war er da. Dann hat er ja gute Chancen. Ah, Sie sind bestimmt Frau Czelik. Ja, das bin ich. Ich bin Hohan Kalil. Ich bin Pfleger. Die Ärztin möchte ja noch mit mir sprechen. Ja, die kommt noch. Frau Czelik, Sie haben Ihrem Mann das Leben gerettet. Sie haben alles richtig gemacht und sofort die 112 angerufen. Ach, es war schrecklich. Und jetzt liegt er hier so, mit den Spritzen im Arm. Wie geht es ihm denn? Nein, er sieht hier aus wie tot. Na, na, überhaupt nicht. Schauen Sie mal. Das ist der Monitor mit seinen Vitalzeichen. Vitalzeichen? Das heißt Lebenszeichen. Auch wenn er im Moment nicht spricht, er lebt. Möchten Sie wissen, was die Werte auf dem Monitor bedeuten? Da, sehen Sie die Zahl, die hier grün leuchtet? Das ist die Herzfrequenz. Und wissen Sie, wessen Herz hier schlägt? Das von meinem Mann? 60 Mal? Genau. Die Zahl beschreibt, wie oft sich sein Herz in der Minute zusammenzieht und Blut in die Blutgefäße pumpt. Sein Puls wird hier angezeigt. Hier können wir sehen, wie schnell und kräftig sein Herz in der Minute schlägt. Der Puls ist ja immer ungefähr so ähnlich wie die Zahl der Herzschläge. Er atmet ja auch. Genau. Hier, schauen Sie. Hier können Sie sehen, wie oft er in der Minute atmet. 14 Mal? Ist das nicht zu wenig? Gar nicht. Das ist optimal. Besser geht's nicht. Was ist 97 Prozent? Die Zahl bei SpO2 zeigt, wie viel Sauerstoff im Blut ist. Man nennt das auch Sauerstoffsättigung. Schauen Sie hier an seinem Daumen. Das ist ein Pulsoximeter. Das misst den Wert. 97 Prozent ist super. Das ist ein Wert wie bei einem Profifußballer. Ach, Fußball hat mein Mann ja nie gespielt. Kann ja noch kommen, wenn er erst wieder zu Hause ist. Na, mal sehen. Er hat eine so gute Sauerstoffsättigung, weil wir ihm hier über die Nasenbrille Sauerstoff geben. Sehen Sie die Manschette am Arm. Sie pumpt sich jede halbe Stunde auf und misst seinen Blutdruck. Das ist eine Manschette, wie wir sie zu Hause haben. Er muss ja auch immer seinen Blutdruck messen. Er hat ja sehr hohen Blutdruck. Er war deswegen immer beim Arzt. Wenn er seine Tabletten vergessen hat, dann hatte er manchmal 185 zu 140. Hier steht der obere Wert und hier der untere. 136 und 62. Das ist gut, oder? Er bekommt ja sicher Medikamente. Genau. 136 zu 62. Und ja, klar, er bekommt Medikamente hier, über die Perfusoren. Das sind die grünen Dinger. 36,9. Da wird das Fieber gemessen? Fieber hat er ja zum Glück nicht. Aber Sie haben recht. Der Wert zeigt die Körpertemperatur. Und die Zacken hier? Das ist das Elektrokardiogramm. Man sagt abgekürzt EKG. Sehen Sie hier auf seiner Brust die Elektroden? Damit messen wir die elektrische Herzaktivität. Das ist das Elektrocardiogramm. Dr. Kasser, kann ich kurz hereinkommen? Herr Halil, was gibt's? Ich habe eine Frage zur Verordnung von Herrn Czelik. Ich kann nicht alles lesen. Zeigen Sie mal her. Hier, das Medikament. Was heißt das? Ist das ein F? Ja, das ist ein F. Frag Min. Wir geben Herrn Czelik das Medikament zur Thrombose-Prophylaxe. Frag Min. Ach so. Warten Sie. Ich schreibe das noch mal deutlicher. Danke. Und das hier? Heißt das SC? Ja, genau. SC. Und das ist ein Punkt. S. S Punkt C. S Punkt C. Ja, ja. Das weiß ich. Subkutan. Ich konnte es nur nicht lesen. Und hier die Zahl. Wie viel bekommt der Patient am Mittag? Wo? Das ist eine Null. Mittags bekommt er nichts. Und das? Was heißt das? Diese Dosierung, die Zahl hier, ist das eine 1000? Hier, nach dem Metformin. Wo? Habe ich eine so schlechte Schrift? Nein, nein. Für mich ist es schwierig. Ich muss mich erst an die Handschriften der Ärzte in Deutschland gewöhnen. Na, Sie sind ja noch in der Ausbildung. Aber Sie haben recht, ich muss mir angewöhnen, ein bisschen deutlicher zu schreiben. Das heißt 1000. Haben Sie sonst noch eine Frage? Hier kann ich diese Abkürzung nicht lesen. 1000 was? Das bei Metformin nach dem 1000. Milligramm natürlich. Okay, ja, klar, das habe ich mir gedacht. Ich wollte nur ganz sicher sein. Danke, Dr. Kasser. Dann weiß ich jetzt Bescheid. Die Sauerstoffsättigung ist 94. Die Herzfrequenz 69. Die Atemfrequenz 15. Und der Blutdruck beträgt 145 zu 88. Die Temperatur ist 36,8. Und der Puls 75. Die Sauerstoffsättigung die Sauerstoffsättigung beträgt 87. Die Herzfrequenz 58. Die Atemfrequenz 12. Und der Blutdruck ist 119 zu 76. Die Temperatur Die Temperatur ist 37,1 Die Temperatur und der Puls und der Puls 55. Die Sauerstoffsättigung ist 100. Die Herzfrequenz liegt bei 71. Die Atemfrequenz beträgt 19 und der Blutdruck und der Blutdruck ist 152 zu 90. Die Temperatur ist 38,2 und der Puls 66. Die Temperatur misst man mit dem Ohrthermometer. Normalwert ist zwischen 36,5 bis 37,4 Grad Celsius. Herr Czelic hat 37,8. Er hat leicht erhöhte Temperatur. Ein normaler Blutdruck liegt zwischen 120 bis 129 zu 80 bis 84. Man misst den Blutdruck mit dem Blutdruckmessgerät. Die Werte von Herrn Czelic sind ein bisschen zu niedrig. Er hatte um 12.15 104 zu 63. Die Sauerstoffsättigung misst du mit dem Fingerpuls Oximeter. Herr Czelic hat eine Sauerstoffsättigung von 97. Normal ist ein Wert zwischen 97 und 100. Den Puls misst du mit den Fingern. Erwachsene haben einen Puls zwischen 60 und 80. Das ist normal. Herr Czelic hat einen Puls von 68. Ich kann gut verstehen, dass Sie wissen möchten, ob es Ihrem Mann gut geht. Ich kann ja gut verstehen, dass Sie wissen möchten, ob es Ihrem Mann gut geht. Wer der behandelnde Arzt ist? Ich verstehe, dass Sie wissen möchten, wer der behandelnde Arzt ist. Ich kann mir vorstellen, dass Sie sich fragen, wie seine Überlebenschancen sind. Sie fragen mich, wie seine Überlebenschancen sind? Sie möchten wissen, wie die Behandlung Ihres Sohnes weitergeht? Jetzt besprechen wir noch, wie die Behandlung Ihres Sohnes weitergeht. Ich kann gut verstehen, dass Sie wissen möchten, ob es Ihrem Mann gut geht. Ich verstehe, dass Sie wissen möchten, wer der behandelnde Arzt ist. Ich kann mir vorstellen, dass Sie sich fragen, wie seine Überlebenschancen sind. Jetzt besprechen wir noch, wie die Behandlung Ihres Sohnes weitergeht. Aufgaben einer Hebamme Guten Tag, Annabelle Busch mein Name. Sie sind Frau Licht? Ja, ich bin Miriam Licht. Hallo, danke, dass Sie heute Zeit für mich haben. Aber natürlich, dann können wir alles Wichtige besprechen. Für die nächsten Wochen Ihrer Schwangerschaft, für Entbindung und Geburt. Das ist gut. Ich bin schon ziemlich aufgeregt. Das kenne ich gut, ja. Aber für diese aufregende Zeit bin ich dann als Hebamme an Ihrer Seite und stehe für Ihre Fragen bereit. Und natürlich auch für die erste Zeit mit dem Baby. Da werden Sie sicher viele Fragen haben. So geht es allen werdenden Eltern. Wie ist die Schwangerschaft bisher verlaufen? Oh, insgesamt ganz gut. Am Anfang war mir schon sehr übel. Aber inzwischen geht es mir viel besser. Es geht vielen Schwangeren wie Ihnen. Aber es geht vorüber. Zum Glück. In welcher Schwangerschaftswoche sind Sie? Ich bin gerade in der zwanzigsten Woche. Der Bauch wird immer runder. Ja, der Körper verändert sich jetzt immer deutlicher. Eine aufregende Zeit. Sagen Sie, was ist der errechnete Termin? Der vierte Dezember. Schön. Haben Sie schon ein Krankenhaus? Wo möchten Sie entbinden? Wissen Sie das schon? Ja, ich möchte im Mariannen Krankenhaus entbinden. Da habe ich den Kreißsaal gesehen. Er hat mir gut gefallen. Und es ist nur ein paar Minuten von zu Hause weg. Ja, das ist gut. Wie möchten Sie entbinden? Haben Sie da Vorstellungen? Das ist schwer, aber ich denke, ich möchte keine Wannengeburt, sondern mein Baby lieber im Bett bekommen. Aber mal sehen, wie es dann wird. Ich bin ja schon ziemlich ängstlich. Das verstehe ich. Das ist ja auch eine besondere Situation, so eine Entbindung. Und jede Frau hat ihre Vorstellung. Wie es dann läuft, weiß man aber nie. Wer wird bei der Entbindung dabei sein, wenn alles läuft, wie sie es planen? Mein wird schon klappen. Machen sie sich keine Sorgen. Sie werden das wunderbar machen. Sie werden sehen. Und zum Thema Stress? Darüber sprechen wir dann im Geburtsvorbereitungskurs. Ich habe schon gesehen, dass sie für meinen nächsten Kurs in zwei Wochen angemeldet sind. Es gibt so viele Möglichkeiten, die Angst und den Stress zu lindern. Entspannung und Atmung werden im Kurs auf jeden Fall auch ein Thema sein. So, was sollte ich sonst noch wissen? Oh, ich weiß nicht. Können Sie mir Ihren Mutterpass mal zeigen? Da notiere ich mir alles, was für mich wichtig ist. Ja, natürlich. Hier ist er. Es geht vielen Schwangeren wie Ihnen, aber es geht vorüber. Das verstehe ich. Das ist ja auch eine besondere Situation, so eine Entbindung. Sie werden das wunderbar machen. Sie werden sehen. Es gibt so viele Möglichkeiten, die Angst und den Stress zu lindern. Hallo, schön, dass Sie da sind. Sie müssen Frau Busch sein. Ja, genau. Mein Name ist Bastian Sell, der Papa. Hallo, Frau Licht. Herzlichen Glückwunsch zur Geburt Ihrer Tochter. Danke. Danke. Sehen Sie, das ist unsere Luisa. Wie schön. Wie geht es Ihnen denn inzwischen? Sie haben ja am Telefon schon erzählt, wie es war. Ja, der Damm war gerissen. Kommen Sie mit dem Wasser lassen klar? Na ja. Ich zeige Ihnen, was Sie machen können. Verwenden Sie kühlende Einlagen aus dem Gefrierfach, damit die Naht am Damm gut heilt. Außerdem gibt es noch hier. Machen Sie ein Sitzbad mit Heilsalzen. Ich lasse Ihnen gleich eine Portion da und den Namen, damit Sie es fürs nächste Bad besorgen können. Ja, danke. Können Sie uns als erstes zeigen, wie wir Luisa baden können? Das kann ich gerne tun, aber damit sollten wir warten, bis der Bauchnabel verheilt ist, also wenn der Bauchnabel abgefallen ist. Das wird sicher noch ein paar Tage dauern. In der Zwischenzeit waschen Sie Luisa einfach mit einem warmen Waschlappen. Ich schaue mir das Bäuchlein dann beim Wickeln aber gerne mal an. Wo wir schon beim Thema sind, wir brauchen noch ein paar Tipps für das Wickeln. Also ich, Miriam kann das schon. Na klar. Zeigen Sie mal, wie Sie zurecht kommen und ich gebe Ihnen dann Tipps. Gehen wir zum Wickeltisch? Ja, ich habe aber noch eine Frage. Ich fühle mich so unsicher, wie ich Luisa am besten trage. So? Ja, so auf dem Unterarm können Sie sie gut tragen. Stützen Sie dabei immer Luisas Köpfchen, am besten hier in der Armbeuge. So? Ja, genau. Halten Sie Ihren Po mit Ihrer Handfläche. So liegt sie ganz sicher. Sie können sie auch mit dem Bauch auf ihren Arm legen, sodass der Bauch auf ihrer Hand liegt. Okay. So, nun zeige ich Ihnen, wie Sie Luisa wickeln können. Legen Sie Luisa mal ab. Lassen Sie sie aber nie alleine auf dem Wickeltisch. Sich umzudrehen lernt sie schneller als man denkt. Dann legen Sie mal los. Also, ich ziehe Luisa aus und dann äh, dann Darf ich Ihnen einen Tipp geben? Ziehen Sie Luisa erst aus, wenn Sie alles zurecht gelegt haben. Zuerst stellen Sie warmes Wasser bereit. Dann holen Sie eine saubere Windel aus. Oh, ich habe noch eine Frage. Ich habe große Schwierigkeiten beim Stillen. Wenn Luisa trinkt, bekomme ich heftige Bauchschmerzen. Meine Brust schmerzt und fühlt sich heiß an. Und der Schmerz zieht bis in die Schultern. Oh je. Na, eines nach dem anderen. Die Bauchschmerzen sind sicher noch Nachwehen. Gegen die Krämpfe hilft eine Wärmflasche. Hoffentlich. Die Schmerzen in den Schultern sind vermutlich Verspannungen. Machen Sie es sich bequem, um beim Stillen entspannt zu sitzen. Ein Kissen unter Luisa, eins unter Ihren Arm. Dann sollte es schnell besser werden. Lockern Sie bewusst Ihre Schultern und den Nacken. Ja, das mache ich. Danke für den Tipp. Nun zu Ihren Beschwerden an der Brust. Darf ich fühlen, ob die Milch schon richtig eingeschossen ist, so kann ich erkennen, was Sie brauchen. Okay. Hm, na, Milch ist schon da und das fühlt sich wirklich warm an. Und Ihre Brustwarze ist hier schon etwas rissig. Ja, das brennt manchmal ein bisschen. Das verstehe ich. Zeigen Sie mir mal, wie Sie Luisa anlegen. Bringen Sie Luisa dazu, die ganze Brustwarze anzusaugen, damit sie richtig gut trinken kann. Dann habe ich es falsch gemacht? Na ja, nicht falsch, aber so kann Luisa besser trinken, wird besser satt und für die Brust ist es schonender. Verstehe. Legen Sie Luisa abwechselnd rechts und links an, damit beide Seiten gleichmäßig beansprucht werden. Sie können sich das mit einer Klammer am BH markieren. So kommen sie nicht durcheinander. Okay, ja, das mache ich. So sollten die Beschwerden schnell weggehen. Und wenn nicht, dann zeige ich Ihnen mal ein Stillhütchen, das die Brustwarze schont, weil Luisa dann die Brustwarze nicht direkt berührt. Außerdem kann ich Ihnen mal erklären, wie eine Milchpumpe funktioniert. Aber dafür brauchen Sie erst ein Rezept Ihrer Frauenärztin. Oh, hoffentlich brauche ich das nicht. Es gibt ja auch noch ein paar Hausmittelchen, Kohl oder Quarkwickel zum Kühlen oder einfach eine kalte Dusche. Trinken Sie auf jeden Fall viel, aber nicht zu viel Milchbildungstee oder Fencheltee, sonst haben Sie zu viel Milch. Hoffentlich wird es bald besser. Ich bin ja für Sie da. hier Miriam Licht. Hallo Frau Licht, was gibt es? Ach, ich weiß nicht weiter. Ich bin so müde und das überwältigt mich alles noch. Ich muss so viel weinen. Oh, erzählen Sie mal. Der Dammriss verheilt immer noch nicht. Das Hitzen tut noch weh. Und immer, wenn ich Luisa anlege, schmerzt die Brust. Immer noch? Ist es nicht besser geworden? Nein, noch gar nicht. Und ich habe keinen Appetit, könnte den ganzen Tag schlafen. Aber irgendwas ist immer mit Luisa. Ich habe nicht mal die Kraft, Luisa zu tragen. Ich bin so erschöpft. Das verstehe ich gut. Ach, ich weiß nicht, wie das werden soll. Gut, dass Sie das ansprechen. Wir müssen darauf achten, dass es mit der Traurigkeit nicht schlimmer wird. Melden Sie sich bitte, falls es schlechter geht. Das geht vielen Frauen am Anfang so. Manchmal entwickelt sich aus der ersten Überforderung eine sogenannte postpartale Depression. Daher möchte ich, dass wir im Gespräch bleiben. Aber es ist auch wichtig, dass Sie genügend Schlaf bekommen. Sobald Luisa schläft, sollten Sie sich auch hinlegen. Dass Sie keinen Appetit haben, ist nicht gut. Sie brauchen die Energie. Lassen Sie sich verwöhnen. Ein Lieblingsessen, mal was Süßes, Frühstück im Bett. Ihr Partner kann ja nach dem Stillen ein wenig mit Luisa spazieren gehen. Oder fragen Sie Freunde oder Familie. Nehmen Sie Hilfe an. Na, wenn Sie das sagen. Seien Sie geduldig mit sich selbst. Sie müssen sich noch an die neue Situation gewöhnen. Alles ist neu. Soll ich heute Abend noch vorbeikommen? Würde Ihnen das helfen? Dann sehe ich mir die Wunde am Damm und ihre Brust an. Da kann ich Ihnen sicher helfen. Und wir machen Quarkwickel gegen die Brustschmerzen, okay? Ja, das wäre gut. Gut, dann komme ich gegen 18 Uhr. Bis später. Und ich bringe Quark für die Quarkwickel mit. Danke. Machen Sie ein Sitzbad mit heilenden Salzen. Damit sollten wir warten, bis der Bauchnabel verheilt ist. Ziehen Sie Luisa erst aus, wenn Sie alles zurecht gelegt haben. Waschen Sie Luisa einfach mit einem feuchten Waschlappen. Halten Sie Ihren Po mit Ihrer Handfläche. Verwenden Sie kühlende Einlagen aus dem Gefrierfach, damit die Naht am Damm gut heilt. Stützen Sie dabei immer Luisas Köpfchen. Die Bauchschmerzen sind sicher noch Nachwehen. Gegen die Krämpfe hilft eine Wärmflasche. Die Schmerzen in den Schultern sind vermutlich Verspannungen. Machen Sie es sich bequem, um beim Stillen entspannt zu sitzen. Darf ich fühlen, ob die Milch schon richtig eingeschossen ist? So kann ich erkennen, was Sie brauchen. Bringen Sie Luisa dazu, die ganze Brustwarze anzusaugen, damit sie richtig gut trinken kann. Legen Sie Luisa abwechselnd rechts und links an. So werden beide Seiten gleichmäßig beansprucht. Dann zeige ich Ihnen mal ein Stillhütchen. Das schont die Brustwarze, weil Luisa dann die Brustwarze nicht direkt berührt. Trinken Sie auf jeden Fall viel, aber nicht zu viel Milch Bildungstee. Sonst haben Sie zu viel Milch. Schnell ein ues bis bis sechs bis 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 Vielen Dank.